Die fünf Bürgerrechtler, die gestern in Ost-Berlin festgenommen worden waren, sind wieder auf freiem Fuß. Sie wurden gegen Mitternacht freigelassen. Die fünf hatten an einer Solidaritätsaktion für vier Schüler teilgenommen, die sich auf Wandzeitungen gegen Militärparaden in der DDR ausgesprochen hatten und deshalb die Schule verlassen mussten. Zu den Freigelassenen gehört auch der Bürgerrechtler Werner Fischer, der im August nach einem Englandaufenthalt in die DDR zurückgekehrt war. Angesichts der Situation in der DDR ist nach den Worten des Ostberliner Superintendenten Krusche eine Einmischung der Kirche in die Politik unvermeidlich. Grundlage muss aber stets der theologische Auftrag sein, sagte Krusche heute auf der Ökumenischen Versammlung Westfalen in Dortmund. Eine politische Rolle dürfe sich die Kirche nicht anmaßen.